Dein allererstes Video, Sandro, was du hier für Freifahrt gemacht hast mit dem Horst Zaunegger, das ist phänomenal. Horst Zaunegger war Vater ohne Sorgerecht und die Gerichte in Deutschland haben gesagt, nee, ist in Ordnung. Zaunegger ist damit zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen und hat eine Diskriminierung feststellen, es war damals eine Situation, dass ein Elternteil oder ein Vater nur dann ins gemeinsame Sorgerecht kommen kann, wenn die Mutter auch positiv zustimmt. Da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, ist hier eine Diskriminierung.